Hallo, wir sind wieder da, Raria. Grüß dich. Ja. Wir stehen hier so rum. Ich habe mich jetzt entschieden, ein anderes Licht zu verwenden als Fireblöcke. Aber dafür muss ich erstmal warten, bis es Nacht ist, dann sehe ich nämlich auch, ob die auch sowas bringen. Und so. Ja, hat er Steuern, ein Treiber, Geld für mich. Ja. Ach ja, äh, warte mal, hast du gerade Geld rausgenommen für mich? Ja. Wie geil. Weil ich nochmal Geld rausnehmen kann. Ja, dann zählt das wohl für jede Person einzeln. Fünf Gold. Super. Bei dir was mehr? Fünf Gold. Okay. Das lag auch schlecht daran, weil ich habe den schon irgendwann mal gelootet. Und du hast ihn jetzt zum ersten Mal bei dir gelootet. Hast du schon eine Kiste für blauen Makroos? Ähm, die pflanzliche Kiste sollte das eigentlich sein, ja. Hau es mir zu. Weil da zu ist. Okay, alles weg. Wunderbar. Ah, diese Tür soll offen sein. Ach so, das ist keine Wand. Ja. Warte, ist das Wand? Wo muss ich erst Wand draus machen? Du musst erst Wand draus machen. Steht da Wall, dann ist das Wand. Ambar Games Park Wall, Offline Ambar Games Park Wall. Ich glaube, die eine leuchtet nicht, kann das sein? Ja, ich gehe davon aus. Ah, schon mal. Warum zähle, verschwendest du das für Ambar? Ja, die leuchtet nicht. Was willst du mit Ambar machen? Ah, das ist für mich. Oh, das war definitiv das falsche Werkzeug. Wo ist denn Heidi? Heidi? Heidi, äh. Gut, dass man die wieder zurückkraften kann. So, Ambar Games Park Wall. Boah, what the fuck? The Blood Moon is rising. Komm mit! Oh, Glück gehabt. Blood Moon. Ich habe gesagt, komm mit! Wir müssen unbedingt... Ja, stirbt uns scheiße. Zu spät, Dennis. Du sollst mit, komm, jetzt geh nach oben! Was hast du mit dir gemacht? So! Oh, wir kriegen gleich eine Menge Gliedner. Mach's dir jetzt ernsthaft? Noch ein... Okay, wir machen den Weg. Du weißt, dass es dann droppen kann. So, jetzt komm her. Ich zeige euch jetzt... Neues Item von mir. Das da ist ein Jojo. Was hat er getroppt? Prims und Seeds und Prims kann er oft. Mehr nicht. Scheiße, du einfach. Er geht ziemlich schnell da. Ja, es ist viel einfacher, dass man jetzt einfach die Schusswaffen verwenden kann. So, nimm mal. Ja, so. Ja. Braucht nicht unbedingt mehr Gegner, denn... Ich spiele jetzt Summoner und Jojo. Du bist der Jojo-Summoner. Jojo, man. Du beschwörst Jojo-Summoner. Ja, da hab ich, glaub ich, auch zu wen gefunden, gell? Das war schon nach der... Am Ende der letzten Aufnahme. Boah, dieses Lila. Schmerz. Ich find das sieht cool aus. Ist vor uns zu wenig Gegner. Wofür haben wir eigentlich diese Laternen hingestellt? Das warst du. Ja. Wir mehr Gegner. Ach, Dennis, auf Wiedersehen. Ich glaub durch die komplette Nervative Töte alles. Du weißt, was ich will. Ein bestimmtes Pet. Ja, deswegen hab ich jetzt auch ein Boss beschworen, weil der das droppen kann. Soll. Tun, tun, tun. Jeder da Gegner in Plattenmund droppt das. Ja, aber ich dachte, der hat nur mehr Prozent. Nein, nein, nein. Ah, Gott. Das ist ein S-Barmor. Boah, das ist ja so geil. Über diese Dinger umgesprungen. 250, wow. Äh, Monikverschwendung? Ich hab Endlos! Ach so. Stimmt ja. Hast gerne gemacht. Ja, deswegen ist das auch jetzt total OP eigentlich. Aber gut, wenn die Entwickler meinen, das ist nicht OP. Thomas war wesentlich leichter gegen normale Gegner. Ich mein, muss ich... Das ist halt die schwächste Munition. Ich mein, ja, aber überleg dir mal. Der Magier, der hat keine Endlos-Mana. Ich hab Endlos-Munik. Ich bin mal, das stimmt nicht. Ist du nicht im Team Gelb oder für dich nicht im Team Gelb? Äh, ich muss erstmal alle Gegner töten. Bevor ich überhaupt was machen kann. Bei dir wenigstens ist los. Ja. Boah, nein. So ein Eiselement. Kann ein Eiselement nicht Sachen trocknen? Boah, diese... Diese Blatt-Songies. Ich habe es. Okay, ich will es aber auch. Wie funktioniert es, Mann? Du musst es anziehen. Hä? Was, hä? Du musst es anziehen. Es lässt sich nicht in dem... Da ist immer noch der Pinguin dran. Es lässt sich nicht gegen den Fisch trauschen. Ich kann es nicht gegen den Fisch trauschen. Also rechtsklicken funktionieren nicht. Ne. Aber ich kann es rufen. Ciao. Kannst du es auch anklicken? Warte mal. Gib mir mal das Item. Das Ding ist nicht ausrüstbar. Warum ist das nicht ausrüstbar? Oh, damn. Das soll ein Pad sein. Warum ist ein Pad nicht ausrüstbar wie die anderen Pads? Egal. Ich finde es cool. Erster Platzmon und schon haben wir es. Ich frage mich, ob das ein Bug ist. Aber du kannst es benutzen, nachdem ich es beschworen habe, oder? Natürlich kann ich es benutzen. Das ist eine Biggie Bank. Sehr gut. Hä? Läuft das nicht weg? Glaubt das stehen? Ja. Anscheinend ist das stationär. Das ist also gar kein Pad. Schade. Also ich habe auch gedacht, es schwebt einem hinterher. Oder es wurde geändert. Keine Ahnung. Egal. Ich habe schon gesehen, wie es aussieht. Du hast doch hingemissen. Ja. Das war zu sehen. Sehr gut. Die bauen sich mit optischen Stoff. Müssen die Spins unbedingt zu sehen. Ich glaube, das macht aktuell noch mehr Schaden. Oh, der Clown. Der war damals richtig geil. Weil damals noch Blöcke kaputt machen können. Das war richtig schön, wie er mein Haus gesprengt hat. Guten Abend, die Zeit. Ja. Ist das nicht einsammelbar? Nein. Oh, das ist eine Goldmine, so ein Blattmon. Geldmäßig? Ja. Wie die Pickybank da immer noch steht. Ich wollte das jetzt mal nicht räumen. Ach, das war... ...mehr cool. Super, Pickybank. Ich kann immer mein Geld ablegen. Steht die da immer noch? Ja, die steht da. Ja, die steht da. Die steht so lange, bis wie lange du deinen Buff hast. Äh, siehst du einen Buff? Nein, bei dir. Ich sehe bei mir keinen Buff. Ich sehe keinen Buff, der schon weiß. Was für Buffs hast du denn? Jedenfalls keinen, der Spiebank halt. Ich habe meine Imps, meine magischen Laterne, mein Pinguin, WellFat und Quiru Youngs. Aber ich habe kein, mein beschwörtes Ding, so wie mit dem, so wie die anderen Beschwörungsdinger. Ich habe 50 Dribblatt gefeatet. Boah, Alter, das macht halt da weh. Erstmal schlucken. Ich glaube, die Gegner kriegen mich ja sogar schneller tot, als ich sie. Na, Quatsch. Das ist ein extra-Grotus. Schau dir das mal an. Drei-Hit. Ja, das ist Hammer. Oh, schau mal an. Au. Eiß Element ist nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich noch habe. Oh. Nicht genug, um das zu überleben. Nicht einfach so ein Blatt-Mod. Wenn man gerade aus dem Hard-Mod angekommen ist. Wo ist der? Da. Haussicherung aktiviert. Kann ich zurückkommen? Theoretisch. Wo ich hier noch umkomme. Ich muss nur die Geister erledigen. Ich schwebe. Ach. So. Nimm mal diese Gegner. Hallo. Boah, ich glaub's nicht. Weißt du, was da passiert ist? Was denn? Ich benutze das Ding hier und gehe zurück. Und in dem Moment töten meine Imps so ein Gegner. Und da kommt ein armer Rock raus. Also, das hier. Ich muss jetzt zurücklaufen und holen. Lässt du mich kurz raus. Bis gleich. Aha. Oh, seh schon. Sehr gut. Du warst Tag getrennt, ist jetzt nicht mehr dahinter, oder was? Ich follte dich ab. Ach, lol. Lol. Lol, da wusste ich nicht mal. Was? Genau. Naja, du kannst die Wände ersetzen. Hast du nicht verstanden? Schau's mir gleich an. Schau's mir gleich an. Lol. Weißt du, was da vor meiner Haustür liegt? Ich weiß nicht, ob das deine ist, aber die liegt da vor der Haustür. Was genau meinst du? Was? Was meinst du? Ja, was könnte dir gehören, aber liegt vor der Haustür. Okay, ich hab's jetzt jedenfalls. Das gab das? Ich meine, das hier. Aber ich nehme jetzt das hier. Hm? Hm? Nein, die hab ich noch im MK. Okay. Und so wie es aussieht, hab ich noch einen dritten Amorok. Nee, der hat Kritt, die andere hat auch Kritt. Ey! Willst du da ein? Ich wollte die Pack nicht abbauen. Du kriegst den einfach so mal. Oh! Ich weiß nicht, ich glaub der Amorok hält noch nicht unendlich, aber so an die 10 Sekunden halten, bis er dann zurückspringt geht. Jetzt kann ich ehrlich mein Rally wegschmeißen. So. Ab in die Alleskiste. Hast du den aber noch genutzt? Äh, nicht unbedingt, aber war mir im Metall. Genauso wie ich noch einen Bogen hab. Aber ich damit schieße. Oder damit. Kommt drauf an, noch ein bisschen. Wenn ich verrollbeeren und drücken möchte oder nicht. Herstellen. Minishark. Starkennen. Megashark. Minishark. Illigale Gunparts. Hi-Finnen. Seele der Macht. Wer hat die gedroppt? Seele der Macht. Ja, der Macht. Ja. Sicher? Ja, Macht. Das ist doch unmöglich. Wie unmöglich? Macht nicht. Guck das nach, aber das ist unmöglich. Das Meid Macht heißt oder was? Nein. Das. Du eine gefunden hast. Ich hab ja keine gefunden. Habe ich gesagt, ich hab eine gefunden. Boah, warum lebst du dann davon? Ich hab... Weil die zum Craften notwendig ist von dem Item. Ich hab quasi darüber geredet, dass ich eine brauche. Ja, ich hab ja noch einen Schäkel. Was soll ich mit dem machen, Dennis? Essen. Du weißt, dass Essen anders aussieht. Ne, klar. Boah, Molly, geh aus dem scheiß Weg. Ich liess mich so. Höre, Frau. Ja, also mein Tresor ist leer. Ja, ist ja gut. Ah, übrigens, hast du sowas schon? Du nutzt es irgendwie nie, deswegen kriegst du es jetzt. Ach so, sowas zum Atmen. Schön. Brauche ich ja auch nicht. Ja, ansonsten. Äh, man, irgendwie ist das vorzunehmen. Das hab ich jetzt gar nicht noch geachtet, wie das. Du hast doch den Hintergrund mal schon ersetzt, oder? Äh, ja, siehst du doch. Lass mir sagen, du hast das nicht erkannt, den Unterschied. Nö. Äh, Glas. Wenn du willst, kannst du dann... Ah, nee, lieber nicht jetzt. 42. Ja, das kann ich sagen. Darum ging's aber grad nicht. Darum ging's... Ist mir egal. Ach so, man kann's ersetzen, warum wir uns abbauen. Warum kann man das? Egal. Oh. Nein, den wollte ich nicht dahinsetzen. Die erste Ausbeute der Farbe. Warum machst du diese Scheißtüren jedes Mal zu? Ich mach die zu, weil ich hier jetzt... Das Teil wird genau in die Türlinie gebaut. Ja. Falls er es jetzt so oder so verstanden ist. Der schaut verdammt orange aus. Ist sehr orange. Wenn du es komplett oben machen würdest, als du unten auch noch, dann würdest du das besser machen. Das wird ja noch größer, das Teil. Unter Umständen. Ich finde aber... Das ist eine nette Farbe. Ja. Da hätte ich ne Ahnung, was wir als nächstes tun sollen. Wenn man so... Sachen. Was kommt denn vor dem ersten Hardlock? Was... Was... Ein bisschen Wi-Fi fahren, oder? Ich geh mal hoch und guck mal weg. Was hast denn die Tür zugemacht? Die sind offenbleiben. Sachen. Die kriegst du jetzt dazu, dass die spawnen. So. Amber. Da. Amber. GameSpark. Ähm. GameSpark. Schon wieder da. Robes. Robes. Was für Robes. Was für Robes. Was für Robes. Was für Robes. Seile. Was willst du mit Seilen? Ich will nicht hoch sein. Du kannst fliegen. Also nicht ganz, aber... Ja, aber ich will da oben ne Plattform bauen. Ich hab Robes bislang immer verkauft. Oh, du auch nicht. So, dann können wir das denken. Und dann ist alles. Nur so schlimm. Die Höhen der Insel sind, zumal ich zum Fall auch eins gespawn, weil ich noch. Das ist nicht am Löwen. Schön, dass du euch bei mir rumgeleckt hast. Lass. 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 Erstapeln. Jetzt muss ich Dina loswerden. Schnell stapeln in die Alleskisten, äh hier ist Platz, rein damit, rein damit, rein damit. Das war ein Gegner, den ich noch nie gesehen habe, aber erst bekommt ein Upgrade. Rein damit, alt-click, rein damit. Und das Gordniger, das ist das Beste. Was, wo das Platz? Ich baue Platz, aber hier ist alles eine Schräge, hab ich so. Wie du brauchst Platz, was machst du denn? Ich musste nur den Wacker rein, damit ich jetzt drei haben kann. Gottlässlich. Ja, wir schwören, Dennis, Minions. Minions. Aha. Hör auf, meine Minions. The Partygirl has arrived. Yeah. Kann man das denn gemacht? Ähm, bist du behindert? Ja, wahrscheinlich. Nein. Du weißt, wann die kommt, oder? Ja. Durchgelug Villager! Okay, NPCs. Ah, ahja. Dann ist ja los. Oh, die hat eine Bubble-Wand. Kaufst du das jetzt? Vielleicht. Komm, Fettigan! Der hat eine rote Rakete. Ein Smokeblock. Lol. Bubble. Firework Foundation. Okay. Firework Box. Das ist mal so eine Frage. Na, wann haben Sie? Hast du einen Timer gestartet überhaupt? Ja, hab ich. Und der ist zu Ende. Und zwar jetzt. Also, tschüss! Wir machen das. Wir machen das. Dann ist das. Vielen Dank.